Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar ist es mal wieder Montag nach einem Turnierwochenende. Deswegen wollen wir uns heute zusammen die aktuellen Decklisten anschauen vom vergangenen Wochenende, denn dort hat die Remote Dual YCS Las Vegas stattgefunden oder auch die North America Remote Dual YCS und die hat uns auf jeden Fall neue Erkenntnisse gegeben, welche Decks jetzt wirklich die besten Decks des Formats sind, denn das war das erste richtig große Event in diesem neuen, sehr sehr bunt gemischten Yu-Gi-Oh! Format und ihr seht hier auf jeden Fall schon den Deck Breakdown der Top 16. Den wollen wir mal ganz kurz durchgehen. Insgesamt hatten wir hier noch verdrehten im Top Cut 20% Dreidron. Da muss ich allerdings dazu sagen, gerade in Amerika ist dieses Deck schon immer viel, viel häufiger gespielt worden als bei uns Europäern. Woran das genau liegt, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist dieses Deck da deutlich beliebter als bei uns und deswegen hat es es letztendlich hier auch immer noch in den Top Cut geschafft, soll jetzt keine Ausrede sein. Das Deck scheint tatsächlich noch relativ solide zu performen. Wir werden uns wie gesagt auch gleich die Decklisten dazu anschauen. Dann haben wir noch 25% Brankets als das meist verdrehtene Deck in den Top 16 und das überrascht mich tatsächlich nicht. Das hatten wir bei unserer Meta-Analyse auch direkt auf Platz 2 gesehen, also relativ ähnlich von unserer Einschätzung her. Dann haben wir 6% Phantom Knights, dann auch noch 6% Virtual World, 6% Sky Striker, dann haben wir 6% Punk. Würde ich hier allerdings differenzieren. Ich glaube mit Punk ist eher dieses Base-Deck gemeint. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil so viel Punk ist in den Top 16, sonst nicht. Werdet ihr gleich sehen. Dann haben wir 16. 16 sei schon. 6% Flundery ist auch noch. Dann 6% Ältlich, 6% DDD und 13% Sword Soul. Also auf jeden Fall ein bunt gemischtes Format. Schauen wir uns direkt nochmal kurz die Top 8 und die Top 4 und letztendlich das Final-Pairing an, was da so gespielt hat. In den Top 8 hat gespielt Sky Striker gegen DDD. Dann hatten wir Prankets gegen Dreitron. Dann hatten wir noch Ältlich gegen Flundery. Das war sicherlich ein ganz, ganz interessantes Match. Habe ich leider gestern ab nicht mehr verfolgen können. Dann haben wir hier noch Prankets gegen das Base-Deck. Also es ist tatsächlich genau das gemeint, denn der Paul Aronson, der hat am späteren Abend dann hier dieses Turnier gewinnen können. Und dann haben wir hier noch in den Top 4 Sky Striker gegen Prankets. Dann hatten wir Flundery gegen Base-Deck und im Finale dann Prankets gegen diese, ja wie gesagt, Base-Haufen. Das sind auf jeden Fall einige Auszüge und einige Informationen der Listen, die wir uns gleich anschauen werden. Ich habe jetzt leider nicht alle Decklisten der Top 32, weil noch nicht alles in Decklisten-Form letztendlich überliefert wurde. Das heißt, wir werden uns nur das anschauen, was es bisher gibt. Und natürlich auch jetzt nicht hunderttausende Prankets-Decklisten, sondern nur ein paar davon. Ich glaube, das ist auch um euren Interesse, denn wenn wir uns heute irgendwie zehn verschiedene Prankets-Decklisten anschauen, dann ist auch kein Geholfen, relativ langweilig, sonst. Und ja, ich würde sagen, starten wir mit der ersten Deckliste für heute. Starten wir mit den Decklisten und nicht wundern, wir werden uns das Ganze jetzt ziemlich durcheinander anschauen, denn ich habe von verschiedenen Quellen verschiedene Decklisten. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Dateiformate und auch verschiedene Decklisten-Größen. Deswegen werden wir uns das heute ein bisschen bunt gemischt anschauen. Sorry auf jeden Fall dafür. Und ihr findet natürlich alle Quellen der Decklisten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr die euch nochmal in Ruhe anschauen, falls euch das hier zu schnell ist oder falls euch das auch zu durcheinander ist. Dann, wie gesagt, checkt das gerne nochmal in der Videobeschreibung ab. Und ja, wir schauen uns jetzt hier erstmal eine Top-32-Deckliste an von dem guten Honey, der ja doch durchaus schon den ein oder anderen Top hinter sich hat. Und insgesamt haben wir hier eine relativ große Tenny-Sword-Soul-Deckliste und auch ein Deck, mit dem man immer noch rechnen muss, allerdings sicherlich nicht mehr eins der besten Decks unseres Formats. In dem Fall natürlich trotzdem eine gute Platzierung, Top-32. Wir sehen hier auch die Variante mit Halki-Fibrex, die sich ja schon irgendwo als Standard mittlerweile durchgesetzt hat, gerade auch mit Despot 001. Wir sehen das große Sword-Soul-Line-Up, dann natürlich auch eine ganze Menge Tennis. Insgesamt wie Shuda nur zweimal, finde ich ein bisschen überraschend. In vielen anderen Varianten sieht man wie Shuda auf drei. Und wir sehen wirklich ganz, ganz viele Handtraps. Wir sehen drei Nibiru, dann haben wir zweimal Baylor, zweimal die Ghostbell, die immer mehr im Kommen ist wieder. Dann dreimal Ghost Ogre, dreimal Ash Blossom und auch noch zweimal Impermanence. Also wirklich richtig, richtig viele Handtraps. Aktuell geht ja sowieso auch der Trend wieder dahin. Spielt ein Deck, was viele Handtraps spielen kann. Und damit fährt man, glaube ich, aktuell ganz gut. Ansonsten sehen wir hier Vessels, dann sehen wir auch noch die Cycles drin. Also tatsächlich ein sehr, 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 sehr großes Tenny-Line-Up. Aber insgesamt eine Liste, die mir vom Main-Deck wirklich ganz gut gefällt. Insgesamt sehen wir auch noch das One-Off Port of Desires, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr sonderlich spektakulär. Ansonsten im Extra-Deck gibt es da Besonderheiten. Ich würde sagen, nein. Wir sehen auf jeden Fall auch das neue Sword-Soul, Synchro-Monster. Ansonsten Heike, Firebrex, Auroradon, Die Monks. Ich glaube, nichts Spektakuläres vielleicht als Besonderheit. Es wird keine Schamanin gespielt. Ja, ich glaube, aber mehr brauchen wir dazu zum Extra-Deck auch nicht mehr sagen. Im Side-Deck sehen wir eine Ghostbell, dann das Gamma-Package. Dann haben wir hier drinnen noch Lanzeas. Ich glaube, das ist auch wie erwartet. Dann sehen wir hier drinnen Twin-Twister, Verwittendroplet, die man nicht im Main-Deck hat. Gerade vielleicht ein bisschen überraschend, weil der Sensen-Lock natürlich immer noch präsent ist. Aber aktuell hat man fast den Eindruck, es geht wieder so ein bisschen weg davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gerade wenn wir so mit dem Video ein bisschen fortgeschrittener sind bei den Decklisten. Und dann eben noch das One-Off-Red-Reboot. Und dann machen wir direkt weiter mit der Deckliste der Top 32 von Johannes Urwicht. Auf jeden Fall auch ein deutscher Vertreter, der hier an den Start gegangen ist mit Dragon Link. Und zwar sehen wir hier Dragon Link pur. Ich glaube, wir werden später auch noch eine etwas andere Deckliste dazu sehen. Und ja, mit Dragon Link ist immer noch zu rechnen sicherlich auch jetzt keins der absolut besten Decks des Formats. Aber sicherlich immer noch ein sehr, sehr gutes Deck in der puren Variante. Aber ich glaube, die Variante mit Brave ist immer noch die bessere Variante. Ansonsten sehen wir hier das relativ große Rocket-Lineup. Zwei Absolute-Rooter, zwei Tracer, zwei Synchronen und der eine Recharger. Dann haben wir die Seiferts hier drin. Dann tatsächlich auch mit Bro-Tower. Habe ich auch schon länger so nicht mehr gesehen. Dann haben wir hier Levi drin. Natürlich die kleinen Babydrachen, Noctovision. Und natürlich auch einiges an Handtraps. Wir haben das Gamma-Package. Wir haben Baylor. Wir haben Ghost Ogre. Wir haben Ash Blossom. Wir haben Nibiru. Wir haben, ja, das war's an Handraps. Dann haben wir noch Chaos Base. Dann haben wir natürlich bei den weiteren Startern noch, ja, Quick Launch muss drin sein. Ansonsten Ravine und, ja, Boot Sector Launch. Also wirklich sehr oldschool angelehnt diese Liste. Richtig klassisches Dragon Link. Und im Extra Deck sehen wir auch den neuen Vampire, den ich nicht so gut finde, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe das hier das ein oder andere schon mal erwähnt. Oder das andere, ein oder andere Mal schon mal erwähnt. Weil aktuell haben wir ja schon ein großes Friedhoch-Sormat Richtung Phantom Knight. Und da möchte man den Gegner eigentlich nicht gerne Karten millen lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so geil ist, die Karte zu spielen. Ich verstehe den Ansatz und Gedanke, warum er das macht. Ich meine, das hat im Endeffekt ja dann auch funktioniert. Dann haben wir Hot Red, dann haben wir natürlich den normalen Chaotic, dann haben wir Savage Dragon. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir zum Extra Deck nicht viel sagen. Das ist Standard, wie man das in Dragon Link eben so kennt. Neu dazugekommen ist auf jeden Fall der Dark. Und Halki Fibrex sieht man auch nicht in jeder Dragon Link Deckliste. Aber in den meisten ist er einfach schon drin. Und, ja, ich glaube, mehr gibt es zum Extra Deck aktuell nicht zu sagen. Side Deck sehen wir auch die Ghostbell. Also tatsächlich schon fast wieder durchgesetzt. Dann Pankratops, dann Token Collector, Artefakt Lansea natürlich, dann Lightning Storm, Feather Duster und Red Reboot. Dann Top 32, weiterhin einmal Brave Token Virtual World. Sicherlich aktuell auch ein richtig, richtig gutes Deck. Wir sehen hier eine wirklich ziemlich cleane Liste, muss man sagen. Wir sehen die Strategie, dass man hier Kinglong noch auf 3 spielt. Es gibt auch schon Listen, die Kinglong eher aktuell auf 2 setzen, weil das Deck natürlich damit schon mal gut ricken kann. Ansonsten 3 E-Tele, 3 verbinden Droplet, wir sehen hier die Sense drin. Und ich glaube, zu der Adventure Token Engine brauche ich dann auch nichts mehr sagen. Wir sehen auch nur Snow drin. Das ist aber mittlerweile auch Standard, weil man spielt Beatrice. Das heißt, dieses Deck kann damit relativ gut arbeiten, die Snow wirklich sehr konstant in den Friedhof zu bekommen. Extra Deck technisch schauen wir uns das Ganze mal an. Wir spielen einiges an XC-Monster. Natürlich die Beatrice, Zeus Package ist natürlich auch mit drin. Dann sehen wir tatsächlich zweimal die Baroness und da habe ich mir sagen, dass das Deck tatsächlich oftmals wirklich ziemlich verschwenderisch mit dieser Karte umgehen kann und die dann natürlich auch öfter bauen kann. Deswegen macht es Sinn, hier zweimal eine Baroness zu spielen. Ansonsten sehen wir auch noch das Seulkin Package. Dann ist noch der Yasi drin. Dann tatsächlich hier der Chixiao, ist das glaube ich, von den Sword Souls. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, aber hey, klar, kann man machen. Dann Shen Shen, dann Yu Yu oder Yaya, ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen Virtual World Monster heißen, gefühlt alle gleich. Dann noch ein Charge Warrior und ein Coral Dragon, also wirklich ein solides Deck. Gefällt mir ganz gut, spricht mich auf jeden Fall an. Side Deck, der eine Token Collector, den man über Beatrice senden kann, macht soweit auch Sinn. Tron und Lockbird, Lanzeas, Cosmic Cyclones und Featherduster, drei Anti-Spell und Red Reboot, also Red Reboot. Ihr seht schon, der wird tatsächlich aktuell überall gespielt. Einer der MVPs in den Side Decks. Dann eine weitere Top 32 Deckliste. Ja, die erste Deckliste von diesem, naja, nennen wir es einfach mal Tanny Sword Soul Haufen, weil das wird noch mit Retros gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie ich sowas nennen soll. Wir haben leider keine Decknamen hier, dass ich euch irgendwie einen Titel dazu sagen könnte. Ja, ihr seht es ja, es ist einfach dieses Deck. Wir haben uns da auch schon ein paar Varianten von angeschaut. Das ist natürlich das etwas kleinere Sword Soul Package. Man sieht hier in dem Fall keine Mouillet. Wir sehen einen Tarja, einen Long und das war es zumindest von den Sword Soul Monstern. Ansonsten haben wir noch eine Blackout hier drinne und eine ganze Menge Tennis. Adara, Ashuna, Vishuda. Dann natürlich hier das Red Rose Package mit den Kastanienrosendrache und dann zweimal den Red Rose Dragon. Die meisten Wissen spielen davon eher drei. Deswegen hier interessant, dass man nur auf zwei Stück zurückgegriffen hat. Ansonsten Despot 001, des Dodos auch mit von der Partie. Snow ist auch hier drinne. Und natürlich auch ein paar Handtraps. Drei Vayler, drei Ogre, drei Ash. Und dann natürlich auch noch ein paar Consistency-Karten, wie hier zum Beispiel noch der E-Tele. Und natürlich auch das Foolish, also auch eine Liste, die mir insgesamt ganz gut gefällt. Auch ein Deck, was mich eigentlich anspricht. Und ja, schauen wir uns das Extra Deck an. Und das sieht auf den ersten Blick schon ein bisschen wilder aus. Sie sehen zweimal Hiking Firebacks. Habe ich so in den Decklisten auch noch nicht gesehen, dass die Karte zweimal gespielt wurde. Aber es scheint auch hier funktioniert zu haben. Dann sehen wir den einen Aurora Don. Dann haben wir zweimal den Monk. Ansonsten der Rest, glaube ich, auch nicht der Rede wert. Außer, dass wir hier noch ein Target haben für die Super Polly und den Formel Synchron. Und ich glaube, auch zum Rest brauchen wir nichts mehr sagen. Rund um Shooting, Riser Dragon, alles da. Das ist mittlerweile Standard und bekannt. Side Deck, auch hier Token Collector. Dann haben wir hier die Droplets auch im Side Deck. Super Polly, Lightning Storm, Red Reboot. Und auch hier Evenly Wedged. Die haben wir heute, glaube ich, noch nicht gesehen, die Evenlies. Also noch mal eine kleine Neuerung. Dann gehen wir direkt oder springen mal in die Top 16. Die erste Top 16 Liste für heute ist eine der Brankets-Varianten hier. Und da gab es auf jeden Fall einige verschiedene Varianten. Einige haben es gespielt mit DPE. Dann haben es aber auch einige ohne DPE gespielt. Also gab da schon noch mal ein paar Unterschiede. Aber insgesamt, glaube ich, brauchen wir zu dieser Deckliste auch nicht so viel sagen. Es ist Sprankets, wie wir uns das in den letzten Wochen schon des Öfteren angeschaut haben. Die Handtrap-Ratios sind eigentlich auch so wie bei den anderen Decks gewählt. Drei Ogre, drei Ash, drei Nibiru, drei Veiler. Sorry fürs Klopfen am Mikrofon. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hier das DPE-Package, das Adventure-Token-Package und eben die ganzen Brankets-Monster. Und ja, mehr braucht man zum Main-Deck tatsächlich, glaube ich, nicht sagen. Das Deck ist lang genug draußen, dass es mittlerweile jeder kennen sollte. Dann auch im Extra-Deck, muss ich sagen, gibt es keine Besonderheiten. Außer, dass man hier keinen Toad spielt. Ist jetzt nicht ganz so Standard. Aber ich muss sagen, es wird wahrscheinlich schwierig gewesen sein, das platztechnisch alles unterzubekommen. Vor allem spielt man dreimal Doodledoo, glaube ich, heißt die hier, diese Krähe. Die ist in den meisten Listen auch nur auf zwei drinne. Das heißt, man hat sich hier entschieden, einfach für die dritte dafür zu gehen und die Toad eben rauszunehmen. Ob das dann so richtig ist, weiß ich nicht. Top 16 spricht dann am Ende irgendwo für sich. Deswegen, glaube ich, brauchen wir dazu auch nicht so viel sagen. Und ja, Side-Deck haben wir tatsächlich die Cherries. Und wenn wir da mal so drüber schauen, gibt es natürlich ein paar Targets, die dieses Deck spielt. Axis-Coach könnte man als Target erwähnen. Dann haben wir natürlich hier Werte Anaconda, DPE ist natürlich ein Target und natürlich für die Mirror-Matches, wo in denen es ja sicherlich einige gab. Wir haben ja gesehen, das Deck war sehr, sehr häufig vertreten. Da kann man dann sicher auch Miau-Miau als sehr, sehr gutes Cherry-Target verwenden. Tut natürlich auch selber weh, ist klar. Aber ja, hat funktioniert. Dann Lanzea, Cosmic Cycling, Featherduster, dann Twin-Twister und tatsächlich auch Crossout-Designator. Da muss ich sagen, sowieso so eine kleine Überraschung von diesem Event. Die Karte hat wieder ein bisschen mehr Play gesehen. Wir werden das aber im späteren Verlauf oder im weiteren Verlauf uns noch ein bisschen genauer anschauen. Da sind noch einige Decklisten, die auch darauf zurückgegriffen haben. Und dann eben auch noch Red Reboot. Dann die erste Dreitron-Deckliste hier. Und die ist schon ordentlich wild, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine Dreitron-Deckliste, die auf Megalist zurückgegriffen hat. Und natürlich auch auf nur zwei Diviner und einen Manju. Was irgendwo auch Sinn macht, muss ich sagen. Weil man spielt nur noch ein Herald of the Orange Light. Also insgesamt eine wilde Liste, muss ich sagen. Und ja, Monster. Dreimal den, ja, Delta. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber wir sehen keine anderen Draw-Karten hier drin. Also kann man das machen. Und man wollte wahrscheinlich einfach die Namen deutlich erhöhen. Dann haben wir drei Alpha, drei Zeta und drei Gamma und natürlich auch drei Nova. Muss man bei den Namen theoretisch ja auch noch mit erwähnen. Dann haben wir auch das Dragoon-Package hier drin mit der Red Ice Fusion. Also die zwei Bricks haben wir auch hier drin. Allerdings dann keinen DPE. Dann sehen wir zweimal noch die Field Spell, die tatsächlich ja dann auch noch weitere Namen sind. Also tatsächlich auch nochmal interessant. Wobei man hier sagen muss, das spielt natürlich extrem in Droll und Lockbird rein. Aber man geht hier für maximale Anzahl an Namen. Also der Ansatz ist auf jeden Fall relativ straight. Und ansonsten glaube ich, ja, Droplets sind hier drin. Cyber Notfall, Called, Foolish und die Main Deck, Artefakt Lancia, die natürlich hier super ist. Also natürlich deswegen oben über Benten, Idate, Natascha und Co. Draconats, alles mit von der Partie. Sieht sehr, sehr wild aus. Aber muss ich sagen, ich als schon ehemaliger Dreitorn-Spieler finde die Deckliste schon irgendwo cool. Dann im Extra-Deck Entes, Dragoon, Baroness, die ja aktuell überall gespielt wird. Dann der Harald, dann zweimal Fafnir. Dweller haben wir drin. Dann haben wir das Zeus-Package und die Standard-Link-Monster, die auch hier in dieser Deckliste gespielt werden. Sightech, zwei Lancia, tatsächlich dreimal Lavagolen. Ja, kann man machen. Dann Cosmic Cycling und der eine Lightning Storm. Dann dreimal, ja, wie heißt die Karte nochmal? Schau mal, Evenly-Matched haben wir auf jeden Fall. Und dann haben wir hier, in die Hand schauen, Mensch, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Leute. Die Karte zwischen Evenly-Matched und Cosmic Cycling. Pointer? Ist das ein Pointer? Ich habe keine Ahnung. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Dann springen wir direkt in die nächste Dreitron-Deckliste. Denn die ist schon nochmal anders als die, die wir uns gerade angeschaut haben. Erstmal sehen wir auch Megalith, ist klar. Aber wir sehen zum Beispiel hier, dass man über den Sensen-Log spielen wollte. Und wir sehen auf dem ersten Blick auch direkt Phantasma im Main-Deck und kein Dragoon-Package. Sondern eben, ja, die Variante mit DPE. Und wir sehen natürlich Droplets, sehen wir hier auch. Und wir sehen natürlich Talent der Dreitaktiken. Und das ist auch eine Karte, die man aktuell nicht so häufig sieht. Deswegen tatsächlich ein Stück weit überraschend, dass die jetzt hier reingepackt wurde. Und bei den Namen, muss ich sagen, da ähneln sich beide Listen. Nur, dass die List hier noch ein bisschen krasser ist. Denn wir sehen alle Namen wie eben tatsächlich auf 3. Und den Fealspell auch noch auf 3. Das heißt, man geht wirklich für maximale Namen. Also hier noch extremer, kann ich dann nochmal genauso erwähnen wie eben. Ansonsten spielt man Plasma anstatt den Dasher hier drin. Aber das macht den Dreitron auch super viel Sinn. Und wie gesagt, Sensen-Log habe ich eben schon mal erwähnt. Und ja, auch solide und schöne Deckliste. Und es freut mich persönlich ja auch, dass dieses Deck immer noch toppen kann. Und hier sehen wir auch dann 3x Diviner. Also in der anderen Deckliste waren es ja 2 und 1 Manju. Ich glaube, ihr habt den Vergleich noch ganz gut drauf. Und ja, extra decktechnisch. Baroness, Herold, dann das DPE-Package haben wir hier drin. Überwerte Anaconda. Daktar logischerweise dann hier auch. Und Cerberus, den hatten wir eben nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel auch das Lyric-Monster, was direkt angreifen kann. Damit man dann eben noch leichter in den Zeus reingeht. Das sieht man in einigen Varianten. Und hier haben wir nur einen Mubeta-Fafnir. Kann schwierig sein, mit einem Fafnir zu spielen. Aber ich verstehe, warum man das tut. Denn das Extra Deck ist hier tatsächlich sehr, sehr tight. Also wird schwierig gewesen sein, das Ganze zu handeln. Dann sehen wir im Side-Deck den einen Token-Collector. Dreimal Lancia. Dann Featherduster. Und drei Twin-Twister. Drei Chalice. Dann haben wir noch dreimal Solem Judgment. Und ein Red Reboot. Weiter geht's ebenfalls immer noch in den Top 16 mit einer weiteren Virtual-World-Deckliste. Auch natürlich hier mit Adventure-Token. Allerdings schon nochmal anders als eben. Denn hier sehen wir direkt das Magician Souls-Package mit einer Vorbereitung. Zweimal den Chaos Illusions und nur einen Seelen der Magier. Und wir sehen auch hier drinne der Strudo. Anstatt der Snow, die vorhin in der Deckliste drinne war. Also hier spielt man eher über Cuphead-Pitch. Das sehen wir auch schon im Extra Deck. Und schon noch ein paar andere Ansätze. Insgesamt die Deckliste ist schon nochmal anders. Man sieht auch bei den Namen Unterschiede. Wir sehen zum Beispiel bei der Main-Deck Lili hier, dass sie nur zweimal gespielt wird. Lau Lau wird ebenfalls nur zweimal gespielt, weil man halt diese Souls-Package noch unterbekommen wollte. Ansonsten King Long zweimal. Und wir sehen auch für den Droplet im Main-Deck. Also die Liste ist schon nochmal ganz, ganz anders. Und der Ansatz der Liste ist auch nochmal anders, wie man das spielen möchte. Aber es macht schon irgendwo Sinn, auch hier Chaos Illusion auf 2 zu spielen. Weil man damit natürlich seine Bricks wieder zurück ins Deck schaffeln kann. Und das Deck hat natürlich ein paar Karten, die es nicht ziehen möchte. Deswegen, ja, kann man so machen. E-Telis hat man sich hier entschieden, einfach noch Ogre zu spielen. Ich meine, wenn man schon noch Targets dafür hat, dann kann man die Ogre natürlich auch mitnehmen. Wenn sie im Format schon eine relativ solide Handshap aktuell ist. Und ja, das sind die Besonderheiten bei dieser Deckliste gewesen. Extra Deck habe ich ja schon mal eben kurz angesprochen. Cuphead Pitch tatsächlich auch nicht ganz so Standard. Genauso wie Halki Fibrex. Nicht alle Virtual World Decklisten greifen aktuell darauf zurück. Also kann man das hier schon, denke ich, nochmal als Besonderheit irgendwo betiteln. Auroradon logischerweise dann auch. Savage Dragon müsste ja dann theoretisch auch hier drin sein. Ist er aber nicht. Das heißt, man geht über das Baroness Play. Dann Zolkin Crystal Wing Package. Yazi. Und der Rest eigentlich eben, außer dass der Fortune Tune hier noch gespielt wird. Aber der Rest ist wie eben bei der VW-Liste. Zaytek, da sehen wir Lancia. Dronen Logbird, Token Collector. Auch sehr, sehr viel gespielte Danibiru. Ein Twin Twister. Ein Call by the Grave. Und zweimal Infinite Impermanence. Auf jeden Fall auch eine Liste, die mir gut gefällt. Phantom Knight. Die dürfen natürlich nicht fehlen, wenn wir uns aktuelle Topdecks anschauen. Bewusst nicht ganz so viele. Eine der wenigen, die wir uns anschauen wollen. Und ich glaube, zu Phantom Knight brauche ich euch auch nicht mehr ganz so viel sagen. Sense ist logischerweise hier drin. Alle Decklisten sehen gefühlt gleich aus. Und mir fällt auf den ersten Blick auch nichts auf, was hier irgendwie besonders ist. Vielleicht der eine Ogre, der noch als zusätzliches E-Teletarget reingenommen wurde. Und dass man vielleicht nur zwei Fogblade spielt, keine drei. Ja, aber das war es dann tatsächlich auch an den Besonderheiten. Mehr, glaube ich, kann man hier nicht erwähnen. Die Liste ist relativ Standard und sieht aus wie alle anderen Phantom Knight Decklisten im Extra Deck. Da gibt es allerdings noch ein, zwei Sachen, die man erwähnen kann. Denn man spielt nur eine Breaksword. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Und man spielt vor allem hier drinne, ja, Axis Code und Borel Sword. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber scheinbar wollte man hier für beide Routen eines OTKs vorbereitet sein. Und ich kann das irgendwo schon verstehen. Ich spiele das Deck auch schon eine ganze Weile. Und manchmal kommt man mit verschiedensten Situationen einfach besser auf den Axis Code. Und manchmal einfach besser auf den Borel Sword. Also verstehe ich schon irgendwo den Ansatz. Und es hat ja auch funktioniert. Side-Deck, einmal ein Garmesiel, zweimal Token Collector, zweimal Nibiru, dreimal Nancea. Wer soll das da? Twin Twister, zwei Cosmic Cycling, zwei Dimensionsbarrieren und natürlich der Red Reboot. Der darf nicht fehlen. Top 8. Und da wird es tatsächlich dann schon ein bisschen interessanter. Denn hier hat es der gute Pack mal wieder gemacht. Und der hat auch den DDD-Hype jetzt nochmal so ein bisschen angespornt oder angeschnürt. Denn damit geht es jetzt richtig los. Auch wenn man sagen muss, dass wir natürlich immer noch nicht die Nuller-Scale haben. Das ist direkt die erste Karte oben links. Die ist aktuell nur in Amerika spielbar, soweit ich weiß. Und bei uns einfach noch nicht erlaubt. Das ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie dann zu uns auch endlich kommt. Aber ja, ansonsten kann ich euch zu DDD noch nicht ganz so viel sagen. Ich bin da noch nicht so drin. Wir sehen auf jeden Fall dreimal Kepler, dreimal Copernicus, dreimal den Greif. Ansonsten Lahm ja auf 1, den Schleim oder das Slime-Package insgesamt 3-1. Die Ratio eigentlich auch Standard. Einiges an Handtraps. Drei Veiler, drei Oga, drei Ash, drei Nibiru, ein One-For-One. Dann die drei Contacts. Dann auch noch Piri-Rais-Map. Und natürlich auch die neue, wirklich sehr, sehr starke Falle. Die ja schon so ähnlich ist wie ein Widow-Anker, muss man einfach so sagen. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr solider Bild. Gefällt mir ganz gut. Link-Monster. Der DDD ist im Extra-Deck drei Stück. Dann auch zweimal der Maschinex, das neue XYZ-Monster. Dann Zeus. Und natürlich dann wieder eine ganze Menge DDD-Karten, die ich noch nie gesehen habe. Insgesamt hier neben den Maschinex. Die ganzen Warnoffs, da kann ich euch jetzt nicht sagen, wie die genau heißen. Ansonsten sehen wir Baroness, Siegfried, Genghis-Package ist hier auch drin. Also bei DDD kann ich, wie gesagt, noch nicht ganz so viel sagen. Bin ich jetzt noch nicht so mega drin, aber bin ich aktuell dran, mich da ein bisschen zu informieren. Zytec, Gammas, Token Collector, Lancia, Tactics. Eine unbekannte Falle neben Impermanence. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch irgendwas vom DDD-Thema. Und dann noch das Called by the Grave. Also ja, mit DDD ein Deck, mit dem man auf jeden Fall rechnen sollte. Dann haben wir natürlich auch noch eine weitere Prank-Hits-Deckliste. Hier auch nochmal eine der Varianten mit DPE. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt nicht ganz so viele davon zeigen, aber die ist nochmal ein bisschen anders als die eben. Ja, wir sehen hier auch Oga, Ash-Brossim im Main-Deck wieder mit drin, verbinden Droplet. Also ihr seht es, 50-50, so die einen sagen, ja, Droplet Main, die anderen sagen wieder Droplet Ne. Würde ich schon eher in Zytec packen. Und hier hat man sich auch dazu entschieden, nicht den Tau zu spielen und auch dreimal Doodle-Do. Also scheinbar scheint das der neue Trend zu sein, den man so für diese Decklisten hier letztendlich benutzt. Das heißt, Side-Deck, Lancia, Nibiru, Lightning Storm, Cosmic Cycling und auch hier Solemn Judgment. Dann kommen wir auch direkt zum Erstplatzierten. Also ihr seht es, die Listen von den Top 4, da fehlen noch welche. Habe ich jetzt gleich noch ein paar wenige, die ich euch zeigen kann. Und ja, wir sehen hier auf jeden Fall das Erstplatzierte Deck und das ist das Based Deck, wenn man das so nennen kann. Ich sage dazu immer noch gerne Haufen. Und ja, welche Engine sehen wir hier nicht, können wir uns eigentlich eher so die Frage stellen. Ich weiß auch noch nicht so, was ich von so Decklisten halten soll. Das hat die YCS gewonnen und ich weiß auch nicht, ob das gut ist, dass so Decklisten toppen. Aber wir sehen die Punk Engine, wir sehen die Red O's Engine, wir sehen die Magician Souls Engine, wir sehen das Brave Token Package, wir sehen Crossout Designator, wir sehen E-Telis, wir sehen Small World, wir sehen eine ganze Menge Handtraps. Absolut wilde Liste, muss ich sagen. Wir sehen das DPE Package, wir sehen wirklich alles hier drin, was irgendwie aktuell gespielt werden kann. Das Deck wird auch schweineteuer sein, das kann ich euch sagen. Vielleicht hat jemand von euch Spaß und rechnet das einfach mal aus, was sowas kosten würde. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so billig aus. Krass, dass sowas gewonnen hat. Wäre jetzt kein Deck, was ich spielen würde, aber es hat funktioniert. Snow und so ist natürlich auch mit drin, ist klar. Mare Mare Kombos, also ist es absolut super wild. Wir sehen auch eine Impermanence, die wahrscheinlich als Crossout Designator Target gespielt wird. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ansonsten extra Deck. Natürlich zweimal Heike Fibrex muss man natürlich dann auch mitnehmen. Ich meine, in dem Deck macht das tatsächlich Sinn. Wird man wahrscheinlich häufiger machen, als man denkt. Daktar ist hier drin, Axis Code ist drin, ansonsten Werther Anaconda. Dann Schamanin ist drin, Linkspin ist drin, Savage ist drin. Barones, Yasi, Shooting Riser, Carpet Pitch, DPE, Herod of Sea, Arclight. Also wirklich unfassbar, was hier alles drin ist. Dann Cytec, Gamma Package, Nibiru, Lanseas, Droll and Lockbird und Cosmic Cyclones. Also absolute wilde Deckliste. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Und jetzt wechseln wir so ein bisschen die Ansicht, denn ich habe noch ein paar weitere Decklisten für euch. Machen wir weiter mit noch ein paar Decklisten der Top 32, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Keine Sorge, wir werden uns auch gleich noch die Top 4 Deckliste der Sky Striker anschauen, denn die ist auf jeden Fall auch nochmal wild. Und ja, hier haben wir Maschinen, ja, nennen wir das einfach mal so, Erdemaschinen. Und das ist auch so ein Deck, da kenne ich mich immer noch nicht so super mit aus. Also ich habe keine Ahnung von den Ratios, sehe ich einfach zu wenig. Allerdings ist das auch ein Deck, was in Amerika deutlich populärer ist als eben bei uns. Deswegen sieht man das da einfach häufiger und hier einmal mit dem Top auf jeden Fall schön, dass das auch vertreten ist. Handtraps, 3 Ash, 2 Lancia, 2 Vayla und insgesamt auch vieles an Floodgates, die wahrscheinlich auch einige Spiele gewonnen haben werden. Wir sehen Skilltrain, wir sehen Gozenmatch, wir sehen Rivalität und natürlich die themeninterne Falle noch, die auch sehr, sehr stark ist. Ansonsten kann ich euch zu diesen Decklisten nicht ganz so viel sagen. Man spielt tatsächlich auch das große neue Maschinen-Bossmonster neben der Zitadelle ganz oben. Und ja, wie gesagt, sorry, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Side-Deck, Ghost-Morner sieht man immer mehr jetzt aktuell, weil die Karte natürlich auch im eigenen Spielzug benutzt werden kann. Und es ist ein weiteres Out gegen Lancia, also verstehe ich, warum man das macht, beziehungsweise für Artefakt-Sense. Dann haben wir das Gamma-Package, Token-Collector, dann Heer des himmlischen Gefängnisses. Man spielt natürlich einige Set-Karten hier drin, also kann man machen, denke ich, sicherlich ein bisschen spicy. Dann sehen wir noch hier Boden einer anderen Dimension und zweimal Twin-Twister. Extra-Deck, natürlich Liebe und die ganzen anderen Kanonen sind hier mit am Start. Enter Blatny ist hier drin und dann haben wir natürlich das Soys-Package. Wir haben auch sogar den Gadget hier drin. Auf jeden Fall den Gearsu. Zumindest waren das so die Karten, die ich hier draus kenne. Dann haben wir Flunderees. Das Deck hat dann auch endlich seinen YCS-Top, nachdem es den neuen Support bekommen hat. Ich glaube, es waren sogar noch ein paar mehr Decklisten, also es wäre eigentlich auch noch eine Top-4-Deckliste drin. Da gibt es aktuell noch keine Grafik zu, deswegen hier die aus den Top-16. Vielleicht kann ich die euch in den nächsten Tagen noch nachreichen oder ihr schaut einfach generell nochmal ein bisschen auf Instagram, Facebook. Da werden die sicherlich dann irgendwann noch veröffentlicht werden. Wir sehen bei den Handtraps hier drin, zwei oder sogar drei Impermanence, dann dreimal Ash Blossom und dann dreimal Dimensionsshifter. Also man spielt natürlich nur Handtrips, die unter Shifter immer noch benutzt werden können. Ansonsten Chalice, dann dreimal Duality und dreimal Prosperity. Dann natürlich dreimal die Field-Spell und dreimal die Neu-Spell. Dann Reiser, Apex-Avian und auch bei den Ratios eigentlich relativ Standard. Ampin muss man sagen, spielt man in vielen Decklisten auch mittlerweile auf zwei. Ist auch ein Deck, mit dem ich mich in den letzten Tagen viel beschäftigt habe, was auf jeden Fall Potenzial hat. Aber ich denke, das ist nicht eins der besten Decks, die wir aktuell bei uns im Format haben. Dann Called by the Grave noch mit drin. Natürlich die paar One-Offs, die Trap, die man spielt. Eigentlich auch eine super Standard-Flanderys. Deckliste, Side-Deck, Dedegrae, Ghost-Bell, Token-Collector, Cosmic Cycling, Dark, Ruler-No-More und Featherduster. Und ich glaube, das Extra-Deck, das können wir uns mehr oder weniger sparen. Denn da wird man nicht viel von beschwören. Das Einzige, was man hier vielleicht sinnvoll nutzen kann, ist vielleicht mal eine Entes, wenn man gegen Invoked spielt. Oder vielleicht auch den Nova mit dem Mercaba-Package. Und was man eventuell hart mal irgendwie summonen könnte, wäre der Shurike, wenn man wirklich vier von seinen Monstern aus Bord bekommen sollte. Kann sicherlich mal vorkommen, aber wird eher super selten der Fall sein. Dann haben wir hier Magnite. Und da frage ich mich immer, wie können es solche Decks immer wieder schaffen, vereinzelt zu toppen. Weil wenn ich sowas spiele, ich bricke die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich natürlich, dass so eine Deckliste hier getoppt hat. Wir sehen dreimal Gears 2, dann natürlich den Blue Sky, dann den Purple, dann natürlich auch den Shifty Boy. Und die tatsächlich, dann noch hier den Roten, den Gelben und dann noch den Grünen. Sieht man relativ selten, muss ich sagen. Und ich glaube, viele Leute, die unterschätzen einfach die Kombination des Link-Monsters mit der Falle. Weil das kann tatsächlich schon mal böse ausgehen. Denn ja, das Deck hat quasi ganz, ganz viele Impermanenzen. Also wirklich kein schlechtes Deck, muss man sagen. Sehr gutes Rogue-Deck und schön, dass es getoppt hat. Ansonsten Prosperities, Lightning Storms, Featherduster, Caught by the Grave. Wir sehen, wie gesagt, bei den Handtraps Gammas, dann sehen wir Oga, wir sehen die Beerus, wir sehen den Impermanenzen. Also dann natürlich dreimal die Trap zum Rebornen. Also wirklich interessante Deckliste. Aber bei mir, wie gesagt, funktioniert sowas nie. Dann Zeitdeck, Lanzea, Droll, Token Collector, Artofax Sense mit Heiligtum. Dimensionsbarriere und Red Reboot. Extra-Deck, sehen wir das, was aktuell übergespielt wird, Baroness. Dann hier auch den Chaotic, den Gearsu, Zeus. Zweimal das themainterne Linkmonster. Dann eine Galatea, die man natürlich bauen kann. Deswegen auch den Gearsu macht Doppelsinn, weil man spielt ja Gearsu. Ist ja auch ein Magnite Linkspinnes hier drin. Dann dreimal sogar die Lip tatsächlich, muss ich krass. Ja, finde ich heftig, dass man die dreimal spielt. Dann das große Magnite Bossmonster. Dann Aframax und Axis Code Talker. Also schön, dass sowas auch mit von der Partie ist. Dann haben wir natürlich auch Eldlich. Eure, ja, oder generell die ganzen Eldlich-Fans, die wollte ich nicht vergessen. Deswegen haben wir hier natürlich die Eldlich-Deckliste im Main-Deck. Zwei Lava-Golem, zweimal Herr des himmlischen Gefängnisses, zweimal Nord. Wir sehen hier auch Extravagans. Das heißt, keine Variante mit Eldland. Und wir sehen richtig viele Floodgates. Wir sehen Ghostmatch, wir sehen Rivalität. There can be only one. Und dreimal Skilldrain. Dann haben wir hier Judgment. Sodomstrike, Ice Dragon's Prison, TTT. Oh, beziehungsweise TT. Dann sehen wir zweimal Hakeru, dreimal Kong und dreimal das Senguin. Also auf jeden Fall ein großes Trap-Line-Up. Und es ist hier schon Eldlich mit Heavy Trap. Side-Deck. Sehr, sehr interessant. Sehe ich schon. Sehen wir ein Dragoon-Package, was hier im Side-Deck schlummert. Und das kann böse ins Auge gehen. Da rechnen einige Leute nicht mit. Dann haben wir zweimal Gadala. Dann haben wir noch zwei Dimensionsbarrieren. Dann haben wir Ebeni-Matched. Und dreimal natürlich hier auch noch Backrow-Removal. Und im Extra-Deck, das geht natürlich ins Portemonnaie, wenn man Extra-Vagans spielt. Und das Dragoon-Package sidet. Dreimal Dragoon wird sicherlich auch sehr, sehr teuer sein. Und dann natürlich noch die Standardsachen, die so gespielt werden. Natürlich auch ein paar Mal öfter, weil man natürlich Extra-Vagans spielt. Aber auf jeden Fall auch solide. Dann haben wir hier noch eine, ja... Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist Dragon Link mit Adventure-Token. Also Brave-Token in der 60-Karten-Variante. Damit man auch noch genug Platz hat, Handtraps letztendlich hier drinnen zu spielen. Wir sehen natürlich das große Adventure-Token-Package. Wir sehen bei den Dragons tatsächlich gar nicht mal so viele. Zwei Tracer, zwei Synchron, zwei Absoluteer, ein Recharger. Und natürlich auch noch drei Quick-Launch. Das sind so die Rocket-Monster. Ansonsten natürlich hier das Red-Eyes-Package, was aktuell auch sehr, sehr häufig gespielt wird. Dann Destrudo, dann die kleinen Baby-Dragons und dann natürlich Chaos-Base mit auch den kleinen Rose-Dragon-Package. Wir sehen den Red-Rows einmal. Dann den Kastanien-Rosendrache und den Wurzelstrang. Also in diesem Deck oder in dieser Variante macht es auch super Sinn, das alles nur einmal zu spielen. Der Red-Rows wird ja sonst, wie gesagt, häufiger gespielt. Aber gerade in Dragon Link macht es Sinn, die nur einmal zu spielen. Dann natürlich auch drinnen DPE-Package. Snows mit drin. Dann bei den Handtraps Gammas, Ghost Ogre, Nibiru, Impermanence, Veiler. Dann haben wir Ash, dann noch eine Artefakt-Lanzea. Also tatsächlich relativ, oder auch ein Riesenhaufen hier drin. Auch eine Liste, die ich interessant finde. Side-Deck, sehen wir den Scarlet. Auch ganz interessant. Ist wahrscheinlich für das Timeout hier drin. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Immer wenn so extra Karten gesided werden, ist das irgendwie nicht so healthy fürs Spiel, habe ich so den Eindruck. Oder dann sind wir an nicht so einem guten Side-Punkt angekommen. Dann Red-Reboot, Featherduster, Twin-Twister. Auch hier Crossout-Designator. Haben wir heute doch das ein oder andere Mal gesehen. Dann einmal Talent der drei Taktiken. Dann hier die gesightete Artefakt-Sense. Caught by the Grave und dreimal Dron-Log-Bird. Und dann im Exodec, da muss man natürlich auch einiges spielen, weil man natürlich hier viele Sachen hat, die man vereint. Baroness, Savage, Chaotic, Shooting-Riser, DPE, Axis-Code mit Unicorn. Dann der Triple-Burst-Dragon, der Dark. Dann natürlich auch hier das Hieratic-Seal, auch der Halki-Fibrex, Anaconda. Da Pisti ist ja auch immer noch am Start. Striker-Dragon und Romulus. Also tatsächlich auch einiges an Exodec-Stuff, was man hier so zur Verfügung hat. Und jetzt möchte ich euch natürlich zum Abschluss noch die versprochene Top-4-Skystriker-Deckliste zeigen. Wir wechseln wieder ins andere Format, denn mittlerweile ist tatsächlich auch die Deckliste hier in dieser Grafik vom guten Kaloncho-Store dann auch hochgeladen worden. Das ist eine der Top-4-Decklisten, die ich als unfassbar besonders ansehe. Denn wir haben hier Skystriker mit Adventure-Token und das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich kann euch auch nicht sagen, wie das Ganze genau funktioniert. Generell unfassbar wilde Deckliste. Gehen wir mal drüber. Wir haben eine Rose, drei Ray, dann zweimal die Water Enchantress und insgesamt bei der Brave Engine zweimal Aramesia. Dann natürlich die beiden Warnoffs. Und sehen wir hier überhaupt einen Greifen drinne? Und ich muss sagen, nein, den sehen wir hier tatsächlich nicht. Das heißt, man benutzt diese Engine wahrscheinlich nur, um weitere Spells in den Friedhof zu bekommen und weiter extenden zu können. Eben um leichter in DPE reinzukommen. Und das ist wahrscheinlich ein richtig, richtig cooler Ansatz. Skystriker-Spieler vor. Schreibt eure Meinung hierzu unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich vermute mal, dass das der Ansatz sein wird. Ansonsten ist hier auch noch Platz für Handtraps. Wir sehen Gammas, wir sehen Ash. Dann sehen wir einen Veiler hier drin. Wahrscheinlich wegen Saline-Axis-Code. Ja, so ist es auch. Ansonsten sehen wir sogar Pot of Prosperity hier drinne. Dann natürlich das DPE-Package. Die eine Engage ist klar. Und dann auch noch dreimal Summon Limit. Also eine unfassbar interessante Deckliste, muss ich sagen. Habe ich so noch nicht gesehen, die Skystriker-Variante. Aber die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Da hat man sich wirklich einiges an Gedanken gemacht. Extra Deck, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das kennen wir alles. Das ist absolut Standard. Zeitdeck-Artefakt-Sense. Wie kann man das hier benutzen? Wenn man das ganze Hardrow hat wahrscheinlich. Aber man sieht hier keine Duck da oder so. Also wahrscheinlich läuft man wirklich darüber, dass man es Hardrow haben möchte. Oder, nee, Quatsch. Wir sehen das Heiligtum daneben. Okay, never mind. Dann macht das natürlich auch Sinn. Dann haben wir Cosmic Cycling, Featherlaster, Lightning Storm. Und dann zweimal eine unbekannte Falle für mich. Neben der Dimensionsbarriere habe ich noch nie gesehen. Oder ist das Mind Drain? Doch, das müsste Mind Drain sein. Dass man keine Hand-Effekte mehr nutzen darf. Sei es tatsächlich, oder ihr seht es für mich. Es sind die Grafiken auch immer relativ klein. Nein, aber das müsste Mind Drain sein. Doch, cooler Ansatz. Finde ich interessant. Das heißt, damit schützt man sich vor so einigen, was aktuell rumläuft. Dann There Can Be Only One und Solemn Judgment. Und wir haben tatsächlich noch eine weitere Deckliste. Denn die kam eben auch noch frisch rein, wo ich nochmal gecheckt habe. Und das ist hier, ja, Cybers, endlich, ja, alles. Das ist auch wieder eine dieser Haufen-Based-Decklisten. Wir sehen das große Cybers-Package. Nur einmal den Golden Lord. Dann sehen wir auch hier das große Souls-Package. Dreimal Seen der Magier, zweimal Chaos Illusion. Und dann sehen wir auch hier einiges an Hand-Traps. Drei Ogre, drei Ash, drei Bell. Dann hier die Artefakt-Lancea, Token-Collector, Nibiru. Und dann haben wir natürlich auch noch Veiler mit am Start. Und Adventure-Token darf nicht fehlen. Wird aktuell überall gespielt. Ansonsten natürlich endlich Package, Eltland, Senguin, Hak, oder Hakero, wie man natürlich auch sagen soll. Und natürlich Conquestador. Also eine wilde Deckliste, kann ich einfach nur so sagen. Ich finde es auch unfassbar, dass extrem viele dieser Mischmasch-Decklisten hier getoppt haben. Ansonsten, extra Deck ist natürlich auch einiges drin, was man hier spielen kann. Wir sehen das Access-Code, Selin-OTK-Package über Halki-Fibrex. Wir sehen hier auch Chalmers, Licht und Dark. Dann haben wir natürlich den Link-Disciple für die ganzen Kombos. Damit man hier eben auf die One-Card-Dacta gehen kann. Deswegen auch Dacta hier drin. Dann der Lingu-Ribu. Dann natürlich DPE, Linkspinne. Und sogar zweimal die Werte. Anaconda finde ich auch ein cooler Ansatz. Side-Deck. Ganz viele Hand-Traps. Dreimal Gamma mit dem Rig. Dann Lancia, Cherries. Natürlich hat man hier einiges an Targets sowieso schon drin. Da kann man natürlich auch Cherries spielen. Dann auch hier Artefakt-Heiligtum. Und auch hier noch der Lightning-Storm. Und ja, das waren einige Decklisten. Einige neue Eindrücke. Und ich hoffe, für euch war es nicht ganz so langweilig. Ich denke, wir hatten schon eine relativ große Vielfalt heute mit dabei. Waren jetzt, wie gesagt, leider noch nicht alle Decklisten der Top 32. Allerdings schon verdammt viele davon. Und denke, die spannendsten und wichtigsten davon konnte ich euch heute zeigen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.